Ja ihr Lieben, weiter geht's mit Mythen. Heute beschäftigen wir uns mit einem wirklich heftigen Mythos. Und zwar, dass Spinat ganz viel Eisen enthalten sollte. Stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Dieser Mythos, dass Spinat wirklich ganz, ganz, ganz besonders viel Eisen enthält, beruht auf einer Fehleinschätzung, der Ende des 19. Jahrhunderts gemacht wurde. Damals ermittelte ein Schweizer Arzt und Physiologe, nämlich Gustav von Bunge, den Eisengehalt von Spinat mit 35 bis 42 Milligramm pro 100 Gramm. Beim Übertragen seiner Ergebnisse wurde aber übersehen, dass Bunge nicht mit frischem, sondern mit getrocknetem Spinat gearbeitet hatte. Und da frischer Spinat zu 90 Prozent aus Wasser besteht, entsprechend 100 Gramm Spinatpulver etwa ein Kilo frischen Spinats. Der Mythos des hohen Eisengehaltes im Spinat hat sich nicht zuletzt durch die Zeichentrickfigur Popeye so festgesetzt, dass immer noch der Glaube weit verbreitet ist, Spinat sei ein hervorragender Eisenlieferant. Eisen in Pflanzen ist für unseren Körper vorhanden und zwar nicht ganz so gut verfügbar wie in tierischen Nahrungsmitteln. Und zwar zu 1 bis 5 Prozent werden aus pflanzlichen Lebensmitteln tatsächlich Eisen aufgenommen. Die Eisenverfügbarkeit aus Pflanzen kann im Übrigen, und das ist ganz wichtig für euch, die hier vegan lebt, erheblich gesteigert werden, wenn gleichzeitig Säuren wie Essigsäure oder aber auch Zitronensäure aus den Zitrusfrüchten oder die Ascorbinsäure aus Vitamin C zusätzlich aufgenommen wird. Aus diesem Grund lohnt es sich bei Mahlzeiten, diese Säuren mit einzubeziehen. Vielleicht vorher einen Orangensaft trinken oder ein bisschen Essig ans Essen. Den einsamen Rekord hält im Übrigen dabei das Sauerkraut. Das darin enthaltene Eisen wird von der anwesenden Milchsäure bis zu 80 Prozent vom Körper aufgenommen. Übrigens ist Spinat mit einem Zehnel der mythischen Menge an Eisen immer noch eine richtig gute Eisenquelle. Wie sieht es denn eigentlich aus mit braunem Zucker? Ist der wirklich gesünder als weißer Zucker? Vielleicht liegt es an den großen Unterschieden zwischen dunklem Vollkornmehl und Weißmehl, dass die damit verbundene Farbe auch auf Zucker übertragen wird. Wissenschaftliche Gründe dafür gibt es überhaupt keine. Der Rohrzucker oder braune Zucker wird im Verarbeitungsprozess im Vergleich zum raffinierten Zucker weniger gereinigt und weist deshalb eine braune Farbe auf. Er ist nicht roh im Sinne von unerhitzt. Da der Markt für braunen Zucker verschwindend klein ist, wird er auch durch nachträgliches Färben von raffiniertem Zucker mit Melasse hergestellt. Obgleich der braune Zucker im Vergleich zum weißen Zucker etwas mehr an Mineralstoffen enthält, also Kalzium, Magnesium und auch ein bisschen mehr Eisen, sind die Mengen so minimal, dass sie zu vernachlässigen sind. Eventuell vorhandene Schadstoffe im braunen Zucker können daher eher problematisch sein. Unabhängig von der Farbe sollten alle isolierten Zucker und mit zuckergesüßten Produkten und Getränke weitgehend vermieden werden. Ja, ihr Lieben, ihr wisst ja, dass ich Smoothie-Anhängerin bin. Ich liebe es. Und ist jetzt Smoothie genauso gesund wie das Essen von Obst und Gemüse? Also, wenn wir diesen Smoothie tatsächlich löffeln, in einer Bowl servieren und dann ordentlich auch noch kauen, dann ist es tatsächlich so, dass Smoothie genauso gut ist wie meinetwegen Obst ganz gegessen oder Gemüse ganz gegessen, weil wir dann nämlich auch alle Ballaststoffe und auch die sekundären Pflanzenstoffe zu uns nehmen können. Ganz anders als bei Säften. Bei Säften hast du Zucker und die Mikronährstoffe, aber du hast die ganzen Ballaststoffe nicht und auch ein Großteil der Pflanzen, der sekundären Pflanzenstoffe ist nicht dabei. Deswegen, Saft ist sicherlich nicht so gut wie gegessenes Obst und Gemüse. Aber bei den Smoothies sieht es ganz anders aus. Nicht trinken, sondern Smoothies essen. Und das ist natürlich dann toll, weil wenn du dir so einen Smoothie bereitest, das geht so schnell und du kannst dann dadurch jeden Tag dafür sorgen, dass du deine mindestens 250 Gramm Obst und deine 450 Gramm Gemüse oder Salate zumindest in Smoothie-Form zu dir nimmst, wenn du ansonsten vielleicht nicht dazu kommst. Deswegen, grüner Smoothie ist die beste Möglichkeit sicherzustellen, dass du jeden Tag genau die Pflanzen hast, die du brauchst. Und das Tolle darin ist, du kannst ganz viel abwechseln. Und viele abwechslungsreiche Arten, also Gemüse und Obst, machen auch eine Artenvielfalt, die mehr wird im Darm. Wie perfekt ist das denn? Ja, das war's für heute mit den Mythen. Von daher hast du noch ein paar Mythen für mich, von denen du wissen willst, hey, stimmt das jetzt oder ist das auch nicht wahr? Oder kennst du Mythen, die entlarvt wurden und die ich vielleicht noch nicht kenne? Natürlich freue ich mich auch über deinen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du dieses Video teilst und wenn du noch mehr Videos sehen möchtest, das kannst du hier oben. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und ich freue mich auf dich.